Man sei der Wiedervereinigung des Englischen Gartens erneut ein großes Stück näher gekommen. So reagiert Architekt Hermann Grub, der seit Jahren für die Untertunnelung des Englischen Gartens kämpft, auf die schriftliche Zusicherung einer finanziellen Beteiligung des Freistaats. Das war ja auch das, was sich die Stadt München gewünscht hat oder zur Bedingung gemacht hat, dass sie den Tunnel in Angriff nimmt, dass diese Gelder vom Land Bayern fließen. Und das ist jetzt passiert. Bereits im Juli hatte die Staatsregierung mündlich zugesichert, 35 Millionen Euro für den Englischen Gartentunnel dazuzugeben. Nun kam es auch endlich schriftlich im Rathaus an. Noch vor der Sommerpause soll der Stadtrat über das Projekt in Schwabing abstimmen. Ohne Probleme geht gar nichts durch, weil man sich natürlich das anschauen muss. Vor allen Dingen muss man ja dann eine Vorplanung machen, mit der man dann auch wirklich die Kostenermittlung ermitteln kann. Momentan sind wir ja bei Kostenschätzungen. Und dann weiß ich nicht, ob das Baureferat dann oder das Planungsreferat bis dahin in der Lage sein wird, die Kosten auch genauer zu beziffern. Also wichtig sind uns natürlich die Details, was ist genau der Betrag, der noch bleibt, wie schauen die Pläne genau aus, was gibt es da Beeinträchtigungen, gibt es da auch bestehendes Grün, das vielleicht weg muss, was natürlich schwierig wäre für uns. Wir müssen uns die Details ansehen. Die Kosten werden auf rund 125 Millionen Euro geschätzt. Etwa 90 Millionen müsste wohl die Stadt tragen. Der Rest, rund 5 Millionen Euro, soll aus privaten Spenden generiert werden. Eine Million zahlt die Allianz Umweltstiftung. Dann gibt es einen weiteren privaten Spender, einen großen Bauträger, der 100.000 Euro zugesagt hat. Und wir haben uns natürlich auch schon darauf vorbereitet, auf eine Sammelaktion. Wir haben zwei große Projekte, die wir demnächst in München vorstellen werden. Die sollen auch dazu dienen, Mittel zu generieren für den Tunnelbau. Höchste Priorität habe laut der CSU ein Tunnel in der Landshuter Allee, unabhängig vom Tunnelprojekt am Englischen Garten. Und beim Englischen Garten muss die Planung zeigen, wo man ihn parallel oder dazwischen zwischen den Projekten unterkriegt. Für den Tunnel der Landshuter Allee gibt es ja vor allen Dingen einen Auftrag, an die Stadtverwaltung nachzuweisen, dass es wesentliche verkehrliche Verbesserungen gibt. Und dieser Auftrag ist noch nicht erfüllt. Wir glauben, dass insgesamt diese Idee eines untertunnelten mittleren Regens an verschiedenen Stellen, also Landshuter Allee, Tegernseher Landstraße, eine überdimensionierte Politik ist, wo einige Anwohner natürlich vom Lärm her geschützt werden, aber dafür Milliarden kosten. Das glaube ich, da steht die Relation nicht mehr im Maß. Hermann Grub jedenfalls hat sich noch am Montag auf den Weg nach Berlin gemacht, um Verkehrsminister Dobrindt um eine Unterstützung für eine Spendenaktion in Sachen englischer Gartentunnel zu bitten.